Wie der Name von dieser Mission schon sagt, muss man hier Prioritäten setzen und zwar wen bekämpft man zuerst bzw. man hat nur einen Gegner, auf wen schießt man zuerst den Gegner oder das Ziel, ich wähle erstmal den Gegner, weil der etwas schwieriger zu treffen ist als das Ziel und falls es daneben geht, kann ich gleich nochmal anfangen. Ich wähle hier volle Kraft und etwas über den Spitzenhügel vom Winkel her schießen. So, das wäre erledigt, bleibt nur noch das Ziel übrig. Etwas über das Ziel hinausschießen, volle Kraft, keine Licht. Behandelt 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 Vielen Dank.